Hey meine lieben Flüsterfreunde, ich glaube wir haben heute ein bisschen Redebedarf und zwar wissen glaube ich einige gar nicht was gerade so los ist bei mir bzw. haben zwar mitbekommen, dass ich vor kurzem ein Video hochgeladen habe, das aber ganz schnell wieder runtergenommen habe, weil die Kommentare teilweise echt grenzwertig waren und ich das nicht so stehen lassen wollte, weil das einfach unfaire und unwahre Behauptungen waren. Und deswegen gibt es heute dieses Video. Aber wenn ihr nicht wisst worum es geht, ich habe einen Body Reset gemacht, der mir sehr sehr weitergeholfen hat und aktuell mache ich auch weiter. Und ja, viele meinten, ja, ich habe nur Wasser verloren, ich ziehe meinen Bauch ein, ich verbreite Unwahrheiten und ja, keine Ahnung, also mit sowas Unkonstruktiven kann ich nichts anfangen. Und wie man sieht, war das hier der Anfang und ja, also das war der Start und so sehe ich aktuell aus. Also das ist, wenn ich meinen Bauch einziehe, nicht das und es hat sich echt schon viel getan und mir geht so viel besser und ich fühle mich so viel fitter. Und ja, also aktuell esse ich um die 1600 Kalorien, also ein total moderates Kaloriendefizit und nehme so zwischen 80 und 100 Gramm Eiweiß zu mir am Tag. Und das hier war mein Frühstück, das war mein Erdbeershake. Der war richtig lecker und hält mich auch lange satt. Und ja, wie gesagt, ich lasse es einfach nicht auf mir sitzen, wenn mir was gut tut. Warum, ja, soll ich mir das gefallen lassen? Ich tue damit keinem weh. Es muss sich auch niemand irgendwie gedrängt oder genötigt fühlen, auch mit dieser Kur anzufangen. Ja, egal, hier seht ihr mein Mittagessen. Ich habe mir eine richtig leckere Bowl gemacht. Die war wirklich groß und riesig und das hat so lecker geschmeckt. Also da war Lachs drinnen, Reis, Mango, Edamama, ich esse die so gerne und auch Gurke. Und das habe ich mir schmecken lassen und hat, wie gesagt, auch richtig einen langen Satz gemacht. Ich versuche immer ein bisschen langsamer zu essen und mehr zu kauen. Das schaffe ich mehr oder weniger gut. Aber das wird bestimmt irgendwann besser. Ich muss mir das immer nur ein bisschen, ja, quasi vorhalten. Aber so sieht das aus. Also ich esse trotzdem viel und nehme ab. Und mir tut das Ganze einfach gut. Dann habe ich einen richtig coolen Snack auf Instagram gesehen. Und ich musste das einfach ausprobieren. Dann nimmt man einfach griechischen Joghurt. Das ist der Nullprozentiger. Und tiefkühlerd, nein, Himbeeren. Und hier wärmt man und dann, ja, verrührt man das Ganze. Und dann, ja, quasi gibt man so kleine Häufchen auf Papier. Und stelle das dann in die Tiefkühltruhe und lässt das aushärten. Und, ja, das war schon ein bisschen eine Glickerei, muss ich sagen. Aber ich liebe es, neue Dinge und neue Rezepte auszuprobieren. Und, ja, das habe ich zum ersten Mal gemacht. War aber sehr, sehr lecker. Man kann das natürlich auch so pur essen. Schmeckt auch einfach himmlisch. Und ich mag das sowieso gerne, Joghurt mit Früchten. Und da war das ganze Teller dann auch schon quasi voll. Also da hatte ich keinen Platz mehr. Und den Rest habe ich einfach so gegessen, weil es so lecker ist. Und das hat natürlich auch wieder eine gute Portion Eiweiß. Also griechischer Joghurt. Ich kaufe mir aber auch schon jahrelang nicht mehr diese fertigen süßen Joghurts. Sondern mache ich das immer so mit griechischem Joghurt und Früchten. Und wir haben dann, glaube ich, schon zwei, drei Stunden warten müssen. Oder ich. Bis das dann so ausgesehen hat. Und dann habe ich das in erzart, bitter Kuvertüre eingeduckt. Und das war echt eine Sauerei. Das muss ich wirklich sagen. Und man musste auch aufpassen, dass man ganz schnell arbeitet. Weil die ja gefroren sind, härtet die Schokolade richtig schnell aus. Und leider auch die Schokolade hier in diesem kleinen Peltnis. Das war dann echt ein bisschen schwierig. Ja. Und ich habe auch leider nicht alle damit eindunkeln können. Weil dann die Schokolade eben schon irgendwie so fest geworden ist. Aber ich habe auch mein Haarbestes gegeben. Und da sieht man echt, wie schnell das hart wird. Das ist eigentlich echt spannend und lustig. Könnte ich jetzt schon wieder eins essen, wenn ich das so sehe. Also das ist richtig, 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 richtig schmackofatz. Und an einem erkühlen Sommertag eigentlich richtig ideal. Und da hatte ich dann echt schon Probleme, das irgendwie noch voll mit Schokolade zu bekommen. Weil das schon hart geworden ist. Aber ich habe das Ganze dann wieder trotzdem in die Tiefkultur gepackt. Und noch ein bisschen gewartet, bis das dann, ja, zum Verzehr geeignet war. Ja. Also die da vorne hätte man gleich essen können. Und da sieht man auch, dass das ganz hart war. Aber ich habe schon eins so probiert mit Schokolade. Das war mega, mega lecker. Also probiert das auf alle Fälle mal aus. Kann ich echt empfehlen. War sehr lecker. Und, ja, wir machen natürlich auch den richtigen Taste-Test gleich. So sieht das dann quasi aus. Also es ist echt eine Sauerei, muss ich sagen. Die Hände sind dann auch gleich wieder schokoladig. Aber das war es auf alle Fälle wert. Ich glaube, ich habe zwei von denen gegessen. Das davor und das hier. Ja. Also als kleiner Treat für zwischendurch war das einfach, ja, eine richtig coole Idee. Und sorry, dass ihr heute den ganzen Tag mein ungeschminktes Ich ertragen müsst. Aber ich hatte heute einfach keine Lust, mich irgendwie herzurichten, da ich sowieso nicht viel vorhatte. Was ich dann aber vorhatte, war, dass ich ins Fitnessstudio gegangen bin. Also ich war schon ewig nicht mehr im Fitnessstudio. Und unser, oder mein Fitnessstudio hatte keine Klimaanlage. Und das ist echt richtig heiß dort. Und ich habe mir gedacht, ach, wenn ich da hingehe, kann ich sicher gut filmen. Es ist bestimmt keiner dort. Aber da war richtig viel los. Und hier, ja, seht ihr auch die tollen Kameraskills, nicht? Ja. Und das haben auch viele geschrieben. Ach, ja, du willst nur schnell abnehmen. Das ist nicht gesund. Nein, ich mache das ganze Paket mit gesunder Ernährung, Proteine decken und Sport. Und ich finde es einfach so schade, dass Menschen, die irgendwie unwissend sind, irgendwie gleich irgendwie so solche Kommentare verbreiten. Weil, wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich die Leute von Tag 1 an, oder Tag 0 eigentlich mitnehme. Und hier ist nichts gefakt oder nichts vorgespielt. Und eigentlich, ja, weiß ich auch, dass man auf solche Kommentare und Leute nichts geben darf. Aber ich ehrlich gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Und mir tut das trotzdem weh, wenn man irgendwer aus Lugnerin hingestellt wird. Ja. Auf alle Fälle war ich echt nur eine halbe Stunde im Fitnessstudio. Aber ich habe es dann nicht länger ausgehalten. Es war mir einfach viel zu heiß. Und hatte trotzdem gut getan, wieder mal was für sich zu machen. Und ich werde das jetzt wöchentlich wieder einbauen. Ja. Ich habe da echt geschwitzt, obwohl ich nicht viel gemacht habe. Aber es ist, wie es ist. Und kann ja besser werden. Zuhause gab es dann quasi wieder einen Shake. Das war mein Abendessen. Und da mein Freund auch eine Box bestellt hat, konnte ich den Schokoshake auch probieren. Weil ich hatte nur den Vanille da. Und, ja. Ich mache das immer gerne mit tiefgefrorenem Obst. Weil, ja. Das einfach noch cremiger wird und noch besser schmeckt. Ich habe auch schon wieder ganz, ganz viele reife Bananen da. Die muss ich jetzt einfrieren. Das war der erste Taste Test. Und das war richtig lecker. Also morgens gab es dann eher ein paar Shake. Heute Schokobanane am Abend. Und die sättigen wirklich richtig. Also ich brauche danach nichts mehr. Und bin richtig voll für den Abend. Und gehe nicht Hunger schlafen. Und weiß. Ich habe alle, ja. Vitamine und Ernährstoffe gedeckt. Denn so ein Shake hat um die 25 Gramm Eiweiß. Also das ist echt toll. Und das war dann auch quasi schon meine Abendrunde. Das hat echt auch nochmal gut getan. Leider hat die Sonne noch ein bisschen geknallt. Ich hätte da noch warten sollen, bis die Sonne untergeht. Aber, ja. Ich liebe das. Das tut mir gut. Und hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Und, ja. Wie gesagt. So sieht mein Tag aus. Weit entfernt von ungesund. Oder, keine Ahnung, Crash-Diät. Also, wer mir gerne auf Instagram folgen möchte, macht das. Dann werdet ihr sehen, dass ich das einfach richtig toll mache. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne gute Nacht. Und hoffentlich bis ganz bald.